Einen wunderschönen guten Morgen, ich begrüße alle ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit DXTB heute am Mittwoch, den 8. November 2023. Wir wollen uns wieder einen Blick gönnen auf die Märkte. Wo stehen wir aktuell? Übergeordnet. Eigentlich hat sich nicht groß was verändert im Vergleich zu gestern, mit Ausnahme natürlich des Tech-Bereichs, der auch gestern eine sehr, sehr starke Performance hingelegt hat. Der eine oder andere hat im Chart vielleicht von Microsoft gesehen, nein, jetzt nicht chasen, um es ganz kurz zu machen. Ja, wir stehen kurz davon, neue All-Zeit-Hosts zu markieren, aber nichtsdestotrotz der Modus doch ein bisschen arg extensiert. Es gab eine ganz interessante Price Action im Laufe der letzten zwei Wochen, klar. Folgend auf die Earnings gab es einen kurzen Flash tiefer und im Bereich 3,20 glaube ich war es, Pi mal Daumen, dann gab es ja eine Rückeroberung als durchschnittlich auf diese Earnings bezahlten Preises, dieses sogenannten Anchored WeWops und das wäre vielleicht ein Grund gewesen, sich dann long zu positionieren. Das war ungefähr die Gefilde um 3,35, aber jetzt sind wir doch auf der Oberseite bis 3,60 vorgestoßen. Ein bisschen weit im Windschatten. Warum mache ich das zum Thema? Im Windschatten folgend. Die Wall Street quescht sich ganz besonders der Nasdaq. Ausgehend von der hohen Marktkapitalisierung von Microsoft sehen wir ebenfalls hier gestern eine Attacke jetzt auf die Region um die Oktoberhofspiel. Darum hätte ich nicht gedacht, dass wir diesen Break zuvor zu sehen bekommen. Hat aber nichts geändert am übergeordneten Umfeld. Insgesamt denke ich, haben wir weiterhin relativ hohe Chancen jetzt zu konsolidieren. Zunächst einmal bis in die kommende Handelswoche. Wir sollten uns vorsehen, hier eine Fortschreiben dieser Bullishness auf der Oberseite zu sehen. Ich glaube, Chancenrisikoverhältnis technisch ist das weiterhin eher durchwachsen aktuell. Das heißt nicht, dass die Jahresendrallye kein Thema ist, aber zumindest einmal wollen wir eine Digestion sehen, ein Abarbeiten oder ein Abbauen, dieses überdehnenden Modus über die Zeit vielleicht und uns weiter auf sogenannte Cherries konzentrieren. Und in dem Zusammenhang wollen wir im Blick werfen auch vielleicht Upstart oder Rivian, die gestern nachbösslich Zahlen vorgelegt haben und warum Upstart eventuell ganz besonders interessant ist und man da sehr vorsichtig sein sollte. Aber bevor wir offiziell starten, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Die Vision und CFD sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Margin gehandelt und gehen mit dem hohen Risiko, einhersteller Geld zu verlieren, in diesem Sinne ausgehend hierfür nicht für jeden Handel geeignet, bevor man mit dem Handel beginnt. Erstell mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lass ein solches erstellen. Von einem unabhängigen Finanzberater lade sich dann auf xtb.com.de, kostenlos eine Demo herunter, teste den anderen risikofrei und schau, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet, sofern man das für sich mit Ja beantworten kann. Hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen, diesbezüglich alle Informationen, verstehen Risiken und Weiß, findet ihr auf xtb.com.de. Darüber hinausgehend nutzt gerne die Möglichkeit, den Kundensupport hier im Berliner Büro zu kontaktieren. Kontaktdetails folgen sogleich. Kurz in eigener Sache, bitte nichts in folgenden Minuten als Anlageempfehlung missverstehen, das handelt sich um ein rein edukatives, rein informatives Event. Ihr könnt gerne eure Fragen in der Kommentarfunktion unterhalb des Videos stellen, aber nochmal bitte nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Dann einmal hier die Kontaktdetails, Telefon und E-Mail-Adresse, xdb als Brokerkurs vorgestellt, bester CFD Brokers Jahres 2023. Die Gründe, die dazu geführt haben, findet ihr hier einmal links aufgelistet und dann die Trading-App natürlich herauszustellen, die xStation, auf die wir jetzt einen Blick werfen wollen. Wir wollen beginnen wieder, genau wie auch in den letzten Tagen, aktuell einfach vor dem Hintergrund dünner Wirtschaftssagenkalender, dünner Earningskalender, einfach mit einem übergeordneten Blick, wo stehen wir aktuell. Also wir haben hier den DAX auf Stundenbasis einmal, wir haben weiter ein Handeln unterhalb dieser etablierten Abwärtstrende, folgend auf die Hochs, die wir ausgebildet hatten hier, auf die FED am 20. September schon bereits. Und zwischenzeitlich gab es ja nochmal eine Zinsentscheidung, das war letzte Woche am Mittwoch. Wir haben jetzt hier in diesem Zusammenhang die Oktoberhochs miteinander verbunden und wir sehen, wir handeln weiter unterhalb. Wir wollen eine Rückeroberung zu sehen bekommen. Wir sehen natürlich den DAX nicht so Tech-lastig, das heißt also im Windschatten jetzt dessen A-Stack nicht folgend. Aber naja, er hält solide, ich bin aber nicht so wirklich überzeugt. Also ich würde weiterhin für eine bullische Reaktion, mindestens, wenigstens, einen Push über die gestrigen Tageshochs zu sehen bekommen wollen. Ganz kurz im Hinblick auf die Price-Action, was ich eben hier im Hinblick auf den DAX so skeptisch finde. Wir rollen über, das hatten wir gestern schon zum Thema gemacht. Wir hielten dann im Bereich um 15.100. Dann kommt die Wall Street rein. Wir haben eine leichte Drift auf der Oberseite, aber wir haben im Zwischenzeit nicht jetzt nahezu all diese Aufschläge, die wir gestern den Nachmittag hier gesehen haben, wieder hergegeben. Anders als beispielsweise, wenn wir auf den S&P schauen, da sehen wir auch, der konsolidiert weiter in hohen Gefilden. Das ist das gleiche Bild auch hier im Spider, da haben wir jetzt mal nur die reine Kasse eingefangen, also den ETF auf den S&P 500. Enge Konsolidierung wie erwartet. Vielleicht gibt es finalen so einen kurzen Pop drüber über die Oktoberhooks, den würde ich allerdings erstmal nicht als nachhaltig erachten, sondern das wäre nur eine kurze, vielleicht Imbalance im Orderbuch oder dergleichen, die sowas auf den Weg bringt. Würde das eher, man sagt, faden wollen, also eher verkaufen wollen, würde das also nicht als nachhaltigen Ausbruch sehen wollen. Und so, jetzt zurückkommt hier auf den kurzfristigen Modus 5-Minuten-Basis. Wir sehen hier die Bullishness an der Wall Street in Form des S&P 500 auf der Oberseite. Und wir sehen, wir können Großteil dieser Aufschläge in den Schluss des Handelstages halten. Anders als eben, wie gesagt, im DAX hier, da sind wir ein bisschen tiefer reingekommen und vor allem driften wir jetzt auch deutlich wieder in Richtung der Tiefs von gestern Roundabout, während wir die asiatischen Vorgaben hier erstmal nahezu fast ignorieren im S&P. Ja, wir sehen eine leichte Drift, aber es ist jetzt nichts Aussagekräftiges oder dergleichen. Das Gleiche im Nasdaq, nur mit dem entscheidenden Unterschied, der Tech-Bereich gestern wieder mega stark. Und wir haben diese Bullenflagge, die wir hier schon seit geraumer Zeit zum Thema machen, auf der Oberseite verlassen, aber eben nicht über die Oktoberhose gebrochen. Also so viel können wir schon mal festhalten, aber diese enge Konsolidierung, ja, die kann jetzt realistisch vielleicht außerhalb dieser Bullenflagge stattfinden. Dann der positive Impuls, der vielleicht durch die Inflationszahlen folgt. Nächste Woche vielleicht ein Impulsgeber, wenn die Inflation deutlich unter der Erwartung reinkommt, wobei das nicht zwangsläufig gegeben sein muss, dass das Bullis in den Nasen füllt, weil der Markt schon mit 90%iger wahrscheinlich ja sowieso erwartet, dass die US-Notenbank den Leitzend nicht weiter anheben wird. Aber mal angenommen, da kommt dann der Bullische Push, dann Thanksgiving und dann vielleicht ein finaler Flasch Anfang des Monats Dezember nochmal auf der Unterseite und dann die Jahresendrallye-Ziel-Jahreshochs, wagt es auf jeden Fall auch hier im Nasdaq gestern, ganz kurzfristig gesehen, Bullishness, die ganz klar ausmachbar war, relative Stärke des Tech-Sektors, wie gesagt, wahrscheinlich im Windschatten von Microsoft ganz besonders. Und dann sehen wir, wir kommen zwar leicht rein, aber es ist eben nur wenig im Vergleich zum DAX und das ist eben etwas, was mich in Bezug auf den DAX extrem skeptisch werden lässt. Will ich den jetzt long sein im derzeitigen Umfeld? Nicht wirklich. Ich will ihn aber auch nicht short sein. Also das heißt, ich würde mir hier eher, wie gesagt, weiter die Kirschen rauspicken und vielleicht finden wir diese aktuell mit eben einigen Earnings und eine Aktie, die da in dem Zusammenhang interessant sein könnte, könnte Upstart sein. Upstart gestern nachbörslich mit Zahlen und einem Gapdown, was sich herauskristallisiert von über 20%, ist hier jetzt in diese Gefilde um und leicht unter sogar die gestrichelte Region hier gefallen. Das ist Roundabout, die Oktober Tiefs. Das hier, diese Lunte, ignorieren, das ist ein Bad Take gewesen. Und das Interessante bei Upstart ist vielleicht ganz kurz erstmal, was machen die und warum sind die im jüngsten Umfeld auch aktuell eher mit Skepsis zu beäugen? Die sind, ganz kurz, hier habe ich es nochmal schon offen, habe ich hier offen. Es ist ein Unternehmen, einer KI-Kreditplattform, die nach nicht klassischen Methoden die Bonität von Kreditnehmern prüft und mit Banken zusammenarbeitet. Lange Rede, kurzer Sinn, Hochzinsumfeld, Nachfrage nach Krediten, deutlich rückläufig. Ergo siehst du an dieser Stelle eben logischerweise auch dann einen Einbruch aus Revenue-technischer Sicht für Upstart. Und dann schauen wir hier mal den Chart. Also das sieht jetzt erstmal verhältnismäßig dünn aus. Das war eine richtige Hype-Aktie im Nullzinsumfeld, die wir hier 2021 zu sehen bekommen haben und dann eben ein richtiger Kollaps in der Aktie. Es gab unterm Jahr mal eine ganz interessante Entwicklung, nämlich hier so eine kleine Aufwärtsbewegung. Hat sich das Bild da groß aufgehellt? Könnte man so argumentieren, würde vielleicht der eine oder andere so argumentieren. Hilft uns aber nicht wirklich weiter. Ihr werdet gleich sehen, worauf ich hinaus will. Und zwar Aussicht, dass vielleicht in irgendeiner Weise ein Nullzinsumfeld, aber ein niedriger Zinsumfeld vielleicht wieder folgt zeitnah, die fettfertig ist mit Zinsanhebung und dergleichen, das positiv sich auf das Geschäftsmodell von Upstart auswirkt und dass das hier eventuell dann diese nahezu fast Verzehnfachung des Aktienkurses nach sich gezogen hat. KI sowieso ein Schlüsselwort. Hat das was damit zu tun? Ich glaube, weder das eine noch das andere spielt hier eine Rolle, sondern was hier eine Rolle spielt, ist der sogenannte Short Float. Das ist ein Kandidat für massive Short Squeezes auf der Oberseite und das hat wichtige Auswirkungen jetzt für den heutigen Handelstag. Warum? Dazu jetzt in den wenigen Sekunden, wenigen Minuten, die noch folgen, ein bisschen mehr. Also bei Finwiz können wir uns eine Idee verschaffen erstmal, wie viele Aktien gehen aktuell um. Das ist der sogenannte Shares Float. Es gehen 71,1 Millionen Stücke in der Upstart um. Und was man da drunter sehen kann gleich, ist der sogenannte Short Float. Das heißt, wie viele dieser umgehenden Stücke sind geshortet. Und da sieht man, 40 Prozent, nicht der ausgegebenen, sondern der umgehenden Stücke sind geshortet. Das entspricht also fast 30 Millionen Aktien, die geshortet sind. Das durchschnittlich, der in den letzten drei Monaten gehandelte Volumen, fast 6,5 Millionen. Also jetzt mal sehr grob gefasst, theoretisch, wenn diese Shorties nur unter sich wären, bräuchten die nahezu fünf Tage, um ihre Short Position einzudecken. Jetzt haben die das nicht getan, im Laufe dieser Squeeze-Bewegung offensichtlich. Also das hat sich unwesentlich verändert hier. Das habe ich schon die ganze Zeit immer mal wieder auf dem Schirm. Da blickt man einfach mal so ein bisschen drauf bei potenziell interessanten Kandidaten. Da wäre auch eine Carvana zum Beispiel, wäre eine andere Aktie, die dann in dem Zusammenhang erwähnenswert ist. Und jetzt kommen diese Earnings rein. Und jetzt stelle ich mir die Frage, wenn ich Short wäre in der Aktie, in größerem Umfang hier, wie würde ich mich jetzt auf diese Earnings positionieren? Auf dieses Gap Down, 20 Prozent nachbörslich gestern. Wir sind jetzt fast in dem Bereich hier und auch potenziell vielleicht mit weiteren Abschlägen prädestiniert bis 20 Dollar. Das könnte ein interessantes Play werden für uns. Also ich will nicht ausschließen, dass ich am Upstart hier von der Short-Seite trade mit im Halten unterhalb der 22,50. Jetzt ist nur das Problem, an wen verkaufe ich denn? Wer kauft denn in dem Zusammenhang? Und das kann durchaus sein, dass diese Shorties hier, dieser hohe Short-Float, dass der dann abgebaut wird. Also zumindest teilweise, dass da eben Käufer reinkommen. Und das kann dazu führen, diese Tendenz kann dazu führen, dass wir einen sogenannten, eine Whippy-Price-Action sehen. Also das heißt, wo wir eigentlich erwarten würden mit diesen Zahlen, wie wir es gar nicht angeschaut hatten übrigens, also eine Guidance ganz besonders von 135 Millionen gegen 157, deutlich unter der Erwartung. Ein höher als erwarteter Verlust. Du hast auch jetzt eine Umsatzeenttäuschung für das abgelaufene Geschäftsquartal. Du hast eigentlich alle Vorgaben, um die Short zu positionieren und kannst dir realistisch vorstellen, dass wir unterhalb 22,50 eventuell einen Abwärtstrend eben etablieren. Die Sache ist jetzt allerdings nur die, dass vielleicht hier diese Marktteilnehmer, die durchaus innerhalb dieser Squeeze-Bewegung über den Sommer hinweg schon deutlicher mal mit ihren Positionen unter Wasser gelegen haben dürften. Also das hängt immer davon ab, wie der Preis durchschnittlich jetzt hier gelaufen ist und dergleichen logischerweise. Aber dass die jetzt sagen, okay, mit Aussicht auf, dass die FED dann ist mit Zinsanhebung, eher Zinssenkung auf den Weg bringen und auch soliden Wirtschaftsindikationen, BIP-Zahlen zum Beispiel, der Atlanta FED hat gestern suggeriert, dass wir ein größeres Wirtschaftswachstum in den USA sehen. Das sind eher die Kreditnachfrage begünstigende Umfelde, dass die auf solchen Earnings-Release sich dann entsprechend von ihrer Short-Position verabschieden. Und das bedeutet, wir sehen nicht zwangsläufig einen schönen Trend tiefer, sondern wir sehen in vielleicht eine trendige Bewegung auf der Unterseite, sofern sie auf den Weg gebracht wird, dann immer so kurze Spikes auf der Oberseite. Und das lässt einen solchen Short-Trade mit großer Vorsicht genießen und sollte dann auch entsprechend sich widerspiegeln, beispielsweise in einer reduzierten Positionsgröße. Also wer Upstart auf dem Schirm hat, spannende Thematik, auch aus reinem Trading-technischer Perspektive sicherlich auch für einen Short-Play, aber mit großer Vorsicht zu genießen vor dem Hintergrund dieses hohen Short-Floans. So, das war ein bisschen mehr Trading-Education. Die aktuellen Marktgegebenheiten lassen das zu. Happy Trading! Pass auf, ich stoppe es auf. Wir hören uns morgen hier wieder zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB. Ich freue mich, habt euch wohl. Bis dann. Und tschüss.